Erst wenn Licht in die Welt kommt, können wir etwas sehen. Besonders gut sieht man natürlich Dinge, die selber leuchten. Wie zum Beispiel unsere Sonne. Sie strahlt ständig Licht ab. Unsere Lichtgruppe hat ja bereits einige Lichtquellen vorgestellt. Nun geht es einen Schritt weiter im Thema. Wo Licht ist, da ist auch Schatten. Das wollen wir heute einmal genauer untersuchen. Dazu brauchen wir noch einen Gegenstand, der einen ordentlichen Schatten werfen kann. Ein großer Beachball-Schläger ist nicht schlecht. Der Raum wird abgedunkelt. Und nun Licht an. Also, stellen wir den Versuch der Kinder noch einmal nach. Die erste Lichtquelle erzeugt einen Schatten links hinter dem Beachball-Schläger. Die zweite Lichtquelle erzeugt einen Schatten rechts hinter dem Beachball-Schläger. Und wenn man viele kleine Tröpfchen erzeugt, dann sieht man in dem Sprühnebel einen richtigen Regenbogen. Woher kommt das? Die zweite Lichtquelle erzeugt einen Schatten. Und wenn man siecember wieder hat, dann sind sie sicher. von der Schatten des Unter摆s Westfeld. Und das質olle ist eine bessere Ohh-تم-Welt. Sehr selber mlijden ist aber es deswegen sicher. Und wenn wir jetzt das machen, dann sehen Sie subscriptions. Vielen Dank.